Dann brauche ich wesentlich jedes Mal mal Mammut wieder mitnehmen. Kann ich die vier gleich da lassen. Naja. Jetzt muss ich demnächst noch... Wollte gerade sagen, ist hängen geblieben. Jetzt muss ich nur noch die Tore noch korrigieren mit dem Scheiß und dann bin Simpan, die mit der Basis so vom Grundbauschutz da fertig, oder? Dann brauche ich gleich noch mal eine Hacke reparieren. Und wahrscheinlich noch mal meine Axt. Aber da fällt mir gerade ein, ich muss ja noch mal ein Essen holen, verdammte Scheiße. Liegt ja immer noch im Ofen. Aber erst brauche ich den Stein dahin. Danach kann ich das noch machen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die Plattform fertig ist. Dachte ich mir. Wäre auch zu schön gewesen. Wahrscheinlich, wenn der hinten auf der Plattform sitzt, dann passiert nichts. Kannst du meinen Mammut mal mitnehmen? Vielleicht doch tausend bewundert. Ah, perfekt, hast du das fette Schwein mitgenommen, das ist gut. Pass auf, der ist auf mich fixiert. Es kann also sein, dass der gleich zurückläuft. Vielleicht. Sieht echt lustig aus. Du oder Mammut. Quetzel mit einem Mammut an der Angel. Jetzt müsst ihr nur noch tröten die ganze Zeit. Guck, er kommt zu mir zurückgelaufen. Dann kannst du... Was ist denn auf deinem Brot? Hab ich nicht so oft geachtet. Ich seh nichts besonderes. Ach, eine Klimaanlage hast du hier hingebaut. Oh mein Gott, ey. Du kommst auf dem, dumme Ideen hier, ne? Äh, wovon gehst du gerade? Ach so, bist du da links außen rum, oder was? Ja, und ich esse gleich erstmal was, ey. Da muss ich gleich erstmal was essen. Und werde dann noch mit einem Mammut versuchen. Äh, ne, mit einem Mammut. Ja. Du. Was waren dann lustig? Ich hab Humor. Ich weiß, es geht einem voll auf den Keks. So. Ich muss jetzt gleich mal in die Küche, weil ich hier fertig bin. Ja, dumm, ich auch. Oh, der hat ja schon wieder Level ab. Jetzt hat er 450. Aber weißt du was? Das ist perfekt. Ich bin richtig passend hier, denn es wird dunkel. Und in der Dunkelheit gehe ich an, die meistens kein Satch sammeln. Das heißt, ich kann gleich gemütlich essen. Ach ne, hier ist ja voll. Und, äh, abwarten, bis die Dunkelheit vorbei ist, dass ich Satch sammeln kann. Richtig angenehm. Die, den Kopf abzureißen und in dein Hals zu scheißen? Äh, okay, komische Logik. Komische Logik. Da bist du 75? Ach man, wieso nicht 75? Ich muss mal ganz kurz in die Küche, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich muss mal ganz kurz in die Küche. Ich will das aus. Bis zum nächsten Mal. In der Nacht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020